Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind hier in Akt 7, mit dem, den wir im letzten Part noch ein bisschen gespielt haben. Jo, Wappen beschwören wieder. Ja, es gibt einen guten Bild, der zweitneueste bei den Forgeguards, also Ambuswächter, genau. Und jo, da es mir jetzt momentan nicht so gut geht, ja, das weisst ja, in den Livestreams ging es schon nicht mehr so gut. Und im letzten Part, jetzt hat mich jemand irgendwann mal angesteckt, wahrscheinlich im Bus, und der war ganz, ganz voll. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr im Bus fahren, aber ich war einer der Ersten, und dann kamen so viele vom Zug. Und da war der so voll und alle haben gehustet und so, und das war schlimm. Ich bin nicht so, der gerne unter den Leuten sind, wenn die Leute ja nicht gesund fahren können. Naja, bin ich ja krank geworden, aber gut, dann geht es mir an Weihnachten besser. Jo, also der Bild, der ist einfach speziell, jo, da er eigentlich das Set gar nicht braucht, nur den Helm, und nicht die Rüstung hier. Und ich möchte es mal hier, damit wir einen Skatepunkt haben. Ähm, benutzt, ich muss mal auf Schaden gehen, ja, das ist Schaden, das ist Angriff, Abklingzeit, Erholungsgeschwindigkeit. Angriff Tempo für Waffen, okay. zuerst Schaden. Ähm, er benutzt Multistrike, das würde ich sagen. So, er benutzt diesen Mehrfachschlag, und er benutzt auch Niederstrecken gemeinsam. Das geht über diese Not hier oben, und dadurch heilt er eigentlich die Waffen, sonst sterben die einfach zu oft. Ähm, jo, ich finde ihn gut, also, die Waffen, auch ohne diesen roten Ring rechts unten, ähm, sterben eigentlich kaum oder nie. Nur durch, also, wenn sie einfach fertig sind mit ihrer Lebedauer. Die hat eine bestimmte Dauer, ich weiß jetzt nicht genau wieviel, das müssten wir eigentlich nachschauen können. 20 Sekunden steht hier einfach fest. Und es ist noch ein bisschen länger, oder nein, es ist wahrscheinlich das, was auch die Not jetzt, ich glaube, 4 Punkte, ähm, hier rein, genau. Plus 60% Dauer. Hm, müssten eigentlich sehr viel sein, von 5 auf 20, oder? Jo, auf jeden Fall. Ist es auch ein bisschen bequem zu spielen mit den Waffen, oder? Kann er also immer wieder genau den Krocken mit dem Erfachschlag, jetzt zum Beispiel. Und dann auch selbstständig noch werfen. So, also selbstständig diesen Amboss herumwerfen. Den habe ich ja auch eben in den Amboss verwandelt, vom, ähm, was ist es eigentlich? Ein Schmiedeschlag zum Amboss. Dass er wirklich wie ein Amboss runterkommt. Das ist ziemlich cool. Und ja, einer der besten Bills momentan, die ich zur Verfügung habe. Andere brauchen eben bestimmte Items. Ich habe jetzt auch noch einen recht coolen und ein bisschen perversen Bild ausprobiert. Nämlich werfe ich mit der Sprigganform sozusagen Dornen, die aussehen wie Samen. Und wenn sie irgendwo reinschlagen, ist zu 7% Chance die Möglichkeit, dass ein Meteor runterkommt. Also, ja, die Möpse. Es sieht immer so, es sieht wirklich aus, als würde der Druide richtig pervers sein. Aber leider, ja, gehen Arenen nicht. Und es sind immer Arena-Echos. Ich muss den noch zuerst festigen. Also, das heißt wirklich auch die Items finden. Viel Crit-Chance finden, weil es nur 8%, äh, 7% von Crit-Chancen ist. Das ist noch viel zu gering, wo die Runden kommen. Und in der Arena habe ich das einfach gehabt, dass die 8%, äh, 7% gar nicht geprockt sind. Also, ich hatte die einfach nicht, die Meteor. Und ohne die Meteor machst du keinen Schaden. Das ist ja richtig lustig gewesen. Wie ich einfach fast verzweifelt bin. Jo. Und ja, die Meteor, äh, nein, die Totems, die lenken zu best ab. Ich will ja, dass ich angegriffen werde, nicht die Totems. Und irgendwie funktioniert der Beta halt einfach nicht richtig, da ich eigentlich nie angegriffen werde. Oder nur mit diesem Echo Note, oder dass die Monster mich angreifen. Ist nicht so ein guter Bild gewesen. Gut habe ich ihn nicht gezeigt. Er ist schon ein bisschen lustig, aber er funktioniert halt einfach nicht gut. Wenn einfach die Meteor nicht kommen. Ich glaube, diese Rüstung könnten wir noch gebrauchen, mit Chance auf Bluten bei Hammerangriffen. Für den anderen Sentinel-Bild, ähm, der ist ja Paladin, glaube ich. Ja. Ich glaube, der ist Paladin. Naja, der ist schon Paladin. Gut. Und nicht Amboss-Wicht. Also, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht viel gespielt. Ich habe ein bisschen mit einem anderen gespielt. Der sieht man hier. Der Lucky Lost Leaf. Und er wollte einfach mit mir die Kampagne machen. Er brauchte jemanden, der mit ihm Kampagne macht. Und ich habe mich gemeldet da unten im Chat. Seitdem kennen wir uns. Aber er ist nicht so viel online. Er kann. Also, er hat gesagt, er ist Pass-of-Exile-Fan und findet wirklich das mit Abstand das beste Spiel im Hackenslay-Genre. Aber ich finde natürlich Last Epoch viel, viel besser und motivierender. Kommt drauf an. Also, ihr dürft gerne mal schreiben, was ihr für einen Hackenslay gerne habt. Oder ein Rundspiel. Oder ein Sportspiel. Oder ich weiß auch nicht. Hackenshooter. Also, ihr so feiert. Und wie ihr natürlich Last Epoch feiert. Oder auch nicht feiert. Je nachdem. Ich sehe jetzt gar nicht, wer der Große ist. Weil dieser eng aneinander ist. Der Große hat einfach die grosse Schrift hier. Das ist der grosse. Den muss man mal angreifen. Ist ganz easy. Habe ich schon immer so ein bisschen drauf gehabt. Aber ich finde diesen grossen, spitzen Angriff mega nervig. Also, er macht so viel schauen. So, was haben wir denn hier? Oh, ziemlich gut. Schön, schön. Black Life. Das ist ja immer toll. Jo. Und ja, ich habe diesen Beet. Ich würde gerne hier hingehen, weil das 6% ist. Und hier nur 5%. Genau. Ich muss hier noch ein bisschen defensiver werden. So. Zorn des Schmelzers. Ja, das ist ein Angriff, den ich eigentlich noch nie verwendet habe. Richtig. Der kostet zu viel Mana. Und es ist ein bisschen zu langsam. Ich kann ihn mal kurz ein bisschen einsetzen. Jo, finde ich jetzt nicht so ein toller Beet. Also, sauber für ein Beet. Das ist jetzt. Das ist einfach ein Buff. Hier. Und ich stecke fest. Genau. Wegen diesem Sprung kann es sein, dass man halt in der Landschaft in den Hügeln drin feststecken. Ja. Wo der andere ist tot. Da wurde vielleicht ein Boss erledigt oder jetzt gerade erledigt. Das ist eigentlich nichts, oder? Das ist... Ähm... Feuerschaden und physischen Schaden. Aufladung. Aufladungsangriff. Das habe ich nicht so gern. Man sieht es auch nicht. So, jetzt. Man sieht es einfach auch gar nicht so richtig im Kampf. Der muss noch ein bisschen verbessert werden. Also, die Builds, die ich sehe, die kosten auch sehr viele Items, die ich nicht habe. Also, naja. Man könnte ihn vielleicht mit Vulcanus noch spielen. Vulcanus ist ja eher Kriegspfad. Der braucht viele Angriffe. Und sonstige Items, die ich hier noch nicht so gut habe. Ich schaue ja auch auf die Items, dass sie holbar sind. Oder wenn man ein Build macht. Und die Items noch holen kann. Und viele Builds, ja. Der muss aber sehr lange spielen. Das kann ich nicht. Für mich ist Last Epoch schon jetzt sehr, sehr... Ähm... Jo. Zeitraubend, oder? Wenn es nicht einer, der mehr als 2 Stunden pro Tag spielen kann oder so. Und wenn, dann nur im Livestream natürlich. Habe ich auch schon immer gemacht. Ich glaube, 4 oder 6 Stunden ungefähr habe ich gezockt an einem Tag. Aber man kommt nicht so viel vorwärts, wenn man 6 Stunden spielt. Eher wenn man frisch ist an einem neuen Tag, kommt man dann wieder schneller vorwärts. Weil Gegner können natürlich auch sehr, sehr schwer sein. Das ist jetzt nicht so leicht, wo das alles gut skaliert. Ne. Ich habe mal eine Echo gehabt. Bin ich in einem Platz gewesen. In diesem Akt. Auf einem Platz. Und dann kamen ständig diese ganz großen... Äh... Ja. Werfer, die dir so eine... So eine Flak werfen. Streubomben. Heidnisches Fleisch heissen sie. Da bin ich fast... Also ich habe den schlechten... Ich habe eben diesen... Bild gehabt mit den Meteoren. Der Schamane mit den Meteoren. Rede ich dir das mal vor. Wenn, was gehen wir uns. Durch ein Item. Ne. Äh... Das waren so viele und die sind so schwer gestorben, weil ich fast nicht angreifen konnte. Ständig diese Flaksatte in der Umgebung konnte ich einfach nicht angreifen. Ja. Der Rechtsangriff vom Spreanform, der ist halt auch mit der rechten Maustaste. Der ist sehr langsam. Und dann bist du einfach nicht mehr hier rumgelaufen. Du hast diese Bomben, diese Granaten am Boden ausgewichen, weil die sehr viel Schaden macht. Und auch den grossen Wurf. Einfach die ganze Ladung auf einen wirft. Das sind so schwere Gegner, wenn du die nicht unter Kontrolle halten kannst. Jetzt hier bei diesem Bild hatte ich sie ja schon. Ende Akt 6. Easy. Easy. Du bist genug Tanky. Du musst dir die Angriffen gar nicht ausweilen. Aber solange du nicht Tanky genug bist, Schwierigkeiten hast bei den Resistenzen. Oh, das ist so schwer. Tja, und bei diesem Bild habe ich so das Gefühl, tun sie halt zu viel anlocken. Sie tun einfach viel zu viel die Gegner anlocken. Aber dafür sind wir Tanky. Dafür können wir sie ja auch im Stich halten. Weg von uns. Oder einfach tanken natürlich auch. Naja, die Wesen sind halt ein bisschen stärker. Und ihr merkt es wahrscheinlich, ich bin sehr langsam. Ich habe natürlich die Ringe nicht mehr. Die habe ich noch im Elementar hier oben. Aber ich habe hier auf Elementar Widerstand und natürlich Colt Widerstand gesetzt. Sonst wären die auch nicht gerade so einfach. Hier habe ich noch Blitz Widerstand und Necroposet Stand drauf. Neun Item. Jo, der Ring ist auch noch nicht zu hohen. In 6 Levels haben wir den Ring. Jo. Nur die Waffe, also die Rüstung, die haltet nicht viel aus. Die muss natürlich alles auch mit dem Tanken. Jo. Ja, es ist schlimm mit der Heizung. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Wie kann man nur in einem Haus wohnen mit automatischer Bodenheizung? Das trocknet die ganze Luft aus und ist immer viel zu stark eingestellt. Ich kann fast nicht reden. Nach einiger Zeit stellt es mir einfach nach dem Vorreden und so dann plötzlich ab. Die Sachen müssen wir vorreden. Sonst habe ich auch eine zu raue Stimme, zu trockene Stimme. Es ist schlimm, schlimm, schlimm. So, hier ist fertig. Jetzt sollte das auch bald ein bisschen defensiver werden bei ihm. Und mit dem Ring wird er wahrscheinlich fast kaum mehr sterben. Irgendwie nochmals. Keine Ahnung, wieso dieses Beschwören so wenig Leben hat. Ob der genervt wurde. Er ist schon wieder tot. Das hängt ja zusammen, wie wir eine Rüstung haben. Und so, unsere Items sind einfach noch ein bisschen zu schlecht. Ja gut. Die Gegner machen viel zu viel Schaden. Das ist's. Ich könnte das Spiel so verdammen, dass man nicht vorwärts kommt. Das wird die ganze Zeit, 20 Mal pro Tag wird das eingepostet. Was machen das Legendary? Die schnell magehe drücken und nachschauen. Also machen so. Ohja, der macht Schaden. wie er nicht auf die Seite geschoben wird aber er wird gefreezed das ist auch nicht komm, der kann nie mehr einsetzen nie mehr diesen starken Airbavenangriff das ist viel zu OP der wird sicher schnell wieder genervt in zwei Monaten ja, ja, liebe Entwickler die würden schon lange viel besser als Path of Exile sie machen Dinge nicht, die eigentlich die Spiele schon lange wollen jetzt wurde auch vor und vor 15 Tagen gepostet dass die Spriggenform ein Bewegungskill haben will und was macht der Entwickler? nix nix das könnte in einem kleinen Patch auch kommen, oder? so, jetzt haben wir genau alle gut, dann machen wir noch zum Abschluss ein bisschen Echo da war ich schon kurz ich möchte gerne Gift so, hier Gift, Widerstand aber nur die kleinen haben wir nicht einen grossen? doch, 16, das ist mehr als 6 plus 5 so ja, ja, jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser dank euch wenn ich jetzt Videos aufnehme hochlade Kommentare beantworte oder Likes dann geht's mir immer viel besser aber ich hab erstens nicht so viel Kraft also ich kann nicht immer starten zweitens bin ich auch immer sehr viel beschäftigt ich muss ja meine Freunde auch ein bisschen unterstützen ich muss im Hauswald alles machen, oder? ich kann gar nicht so viel für eure Zeit fürs Online-Dasein investieren naja, jetzt mach ich gleich mal 2 oder 3 Parts so einen einzigen Echo hab ich geschafft gestern heute geht's mir schon ein bisschen besser aber da hab ich mehr Schmerz nicht mehr so geschwächt jetzt naja, es geht immerhin besser und um Weihnachten kann ich vielleicht gut auch livestreamen also jetzt einfach mal die Woche noch abwarten also es ist ja Sonntag Heiligabend also nächsten Sonntag für mich ist jetzt Sonntag vor einer Woche also vor Weihnachten dritter Advent und ja sicher am Dienstag oder so geht's mir dann wieder besser so hört auf mit diesen Avalanche ich mag's nicht mehr jetzt den ganzen Akpel-Avalanche es gab diese Lawinen also der Bild ohne diesen einen Ring oh ne boah die Bienen machen schon viel zu viel an so holen wir ihn wieder raus das sind immer Sterber sonst hol ich die Bienen die Bienen schaffen auch ich hab glaube ich gar nicht gewischt wo ist er wieder? holen wir ihn wieder raus oh mein Gott wie viele blöden Affen Raureifen 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 Raureif Riesen die Raureif Riesen oh ich hab ja gar nichts mehr huiuiuiui ist noch ein bisschen zu schwere für mich nicht ich halte genug ab seh die dummen Magnions jetzt haben wir wieder ein paar solange ich habe geht es gut in diesem level aber wie ich einfach selber fast nichts machen muss aber die minions hat immer da haben muss ja ja meine diener sind schwach so jetzt habe ich eine armee aber ich bin sehr langsam ich frage mich auch wieso ist alles so item abhängen wieso ist das man ohne item so das k-punkt ist so arsch langsam da fühle ich mich schon ein bisschen schikaniert wo meine diener in diesen abkling zeit haben lieber entwickle einfach mal den dragobarser zur hilfe holen und dann hättet ihr das beste spielen hoffentlich also für mich wenig nein aber ich habe so viel schon gespielt unterschiedliche spiele gespielt ich habe stories im kopf entwickelt ich habe sie aufgeschrieben ich habe sie ja ich habe viele mode geholfen die natürlich auch einen guten mod haben will wollen und habe ich schon sehr viel erfahren ist aber wieso so viele entwickler dann alles falsch machen keine ahnung wenn sie ja nur geld sehen oder sie sehen nur geld und ansehen und das kriegen sie ja somit nicht wenn sie nur auf geld bedienen gehen und auf ansehen da hat fifa mit ihrem clubboostball 24 wieder so angegeben oh wir haben das erreicht und das erreicht und das erreicht ja wenn es ein anderer machen würde dann würde fifa noch viel erfolgreich sein aber EA games kann es auch nicht wie viele versionen habe ich schon nicht gerne spielen wollen das müssten jetzt ungefähr 30 versionen sein aber es ist schon heftig wie man eine fußballserie so versauen kann vor allem am pc oder die konsolen versionen sind immer viel besser als die pc version in der grafik ist das spielgefühl und so ich bin leider keine konsolenspieler kann immer nur ganz kurz an meiner switch sein das könnte ich gebrauchen der 251 prozent rüstungswurf ist sicher sehr stark für meinen schattenklingenflicht ich glaube das ist sogar ein wert wenn ich um den brauche ach ist das schön wenn man einfach rüstungen von anderen klassen bekommt dann ist es nicht einfach also diablo 3 war ja so schlimm da hat man nur eigens gefunden von der eigenen klassen ich finde das einfach nicht gut aber der eigen fehlte in diesem spiel ist halt doof er zeigt nur an was du wirklich brauchst aber gute werte von anderen klassen haben ich habe noch keine zeit bei einem geiz das da rein zu büben schade echt schade dass man da nicht etwas andere kracht klopfen und so schaut so, sterbt alle gut also jetzt müssen wir einfach leveln bis 53 glaube ich und dann haben wir es leichter ok ich glaube ich tue das auch wieder überspringen ähm ja ich muss jetzt sowieso nicht weitermachen und man kann weiterführen leeren schaden über zeit immer die gleichen ich rüstungsbruch betreff schon wieder das gleiche immer das gleiche auch wieder rüstungsbruch ich brauche feuer schaden blanke feuer schaden glaube ich nicht prozent aber blank wie selten ist der teil leeren schon haben wir jetzt glaube ich leerenresistenz ja habe ich auch ziemlich viel ok ja es ist eine schwere zeit jetzt um Weihnachten so viele kranke Menschen Corona ist wieder im Vormarsch Keuchgusten äh die ganzen Grippen dann auch diese diese Hautkrankheit da wie die heisst wenn ich jetzt gerade sie nicht irgendwo lesen den Namen nicht einfach Lungenkrankheiten Lungenentzündungen Bronchitis ist alles wieder am kommen weil die Menschen einfach irgendwo in den Urlaub gehen und dann wieder zurückkommen und weiterhin irgendwo aktiv sind anstelle mal auszuruhen zuhause müssen sie natürlich arbeiten die ganze Zeit weiter arbeiten dann auch das Pflegepersonal und so steckt sich dann an und arbeitet weiter weil die müssen ja arbeiten oder der Mensch muss langsam aufhören so zwingend immer arbeiten zu müssen klar klar bei denen die es wo es nicht geht ja da muss man hart schauen aber Wundschutz hat immer aber wenn man so krank ist dann sollte man nicht arbeiten müssen da müssen andere einspringen und da steckt sich natürlich jeder an und ich habe es halt einfach nicht gerne weil weil sonst sonst bin ich eigentlich fast nie krank aber um die Weihnachtszeit wenn alle krank sind dann bin ich auch krank und das ist meistens dann halt ein bisschen heftiger oder wenn ihr denkt wenn ihr denkt ja der Drago der könnte noch den ganzen Tag live streamen oder so stimmt nicht ich also mir fällt fast der rechte Arm ab weil ich so wenig Kraft habe also ich bin einfach fast nichts mehr und ja vielleicht merke ich es auch an diesem Part ich bin nicht so konzentriert ich habe sehr starke Kopfschmerzen Halsschmerzen Rückenschmerzen aber ich mache es trotzdem oder ich kann ja alleine arbeiten ich bin Influencer ich ich muss nur den PC einschalten ich muss nicht 2-3 Menschen nebendran haben die mir da irgendwie zur Hand gehen oder so oder einfach ich treffe nicht viele an wenn ich live streamer letztlich und das ist immerhin das geht ja noch aber trotzdem kann ich sagen ich bin so schwer krank dass ich es fast nicht mag weil es eben bei mir fast manchmal stärke ist sonst kommt es gar nicht durch sonst bin ich so resistent dass die Krankheit gar nicht zu spüren ist also habe ich wieder etwas sehr heftiges aufgesammelt ich bin noch nie gestorben wie oft mal bin ich so schwer krank gewesen auf irgendwelche Art ich habe die schlimmsten Magen-Arm-Grücken gehabt ich habe mehrmals am Tag weil ich mich durchgelassen oder aber scheinbar habe ich es überlegt ich gebe natürlich auf die Menschen die dann herumheulen und so aber es gar nicht so schlimm haben oder sie sind so viel krank dass sie immer nur ganz wenig krank sind oder und dann trotzdem herumheulen ja wie man es halt einfach manchmal hat der Mensch ist halt schon sehr unterschiedlich so der Schaden der stimmt der Schaden der stimmt der Schaden der stimmt aber wenn da manchmal Gegner sind die einen Minion sofort umhauen dann ist der Bild recht langsam noch ja aber ja er geht bald besser also wo ich mit ihr gespielt habe oder mit ihm also es ist einfach eine Schützin gewesen also eine Late-Trancerin aber es ist wahrscheinlich ein Err natürlich ähm habe ich einfach das Gefühl gehabt oder sie kann mehr Schaden machen weil sie alleine ist und ich als Minion Master bin halt einfach derjenige der immer Minions haben muss aber dann stärker ist auf jeden Fall nach drei oder vier Minions war ich schon meistens der stärker ich war auch ein bisschen überlevelig und der Bild ist einfach so zum zum Itemfarmen sehr gut geeignet oder wird erst geeignet sein also das ist jetzt momentan schon ein bisschen nervig wenn Minions immer sterben aber Minions werden eigentlich in diesem Spiel die ich schon nie supporte da musst du immer die speziellen Items haben und dann sind sie OP dann sind sie wirklich OP das ist ja so zu sagen jetzt hier bei diesem Bild noch nicht so der Schaden stimmt der Offensive stimmt überhaupt nicht aber ich habe keine Modifikatoren auf Leben ich könnte einfach Minion Leben holen und es gibt auch Minion Leash Items da bin ich jetzt aber gerade keins es geht schon ja so jetzt muss ich ihn auf diesen Sprung nehmen oder? Satz heißt er ja Satz genau gar nicht easy aufsatzen skillen ähm hier 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 das holen das ist alles ja und dann unbedingt hier noch die Aufladung holen und hier sind wir fast fertig also jetzt sind wir Level 50 dadurch haben wir den Skillpunkt und jetzt wenn ich Satz einsetze werden wir natürlich schneller am größten Geschwindigkeit und alles wo ja sehr sehr flach ist hätte ich sogar früher nehmen können glaube ich nein ich habe nicht nicht ich heile ja mit dem äh in Richtung oder wie es heißt mit dem Snipe das ist okay sehr gut so Satz können wir schon skillen also wie heißt das skillen niederstrecken genau niederstrecken nicht hinrichtung hinrichtung ist der andere skill das weiß ich gar nicht mehr welchen Harvest nein gut wow der Schaden so schauen wir mal bei den großen fetten leeren Gegnern der heißt der Voidkrieche also leerenkrieche ist auch ein Gegner der ein bisschen genervt werden kann vor allem im Endgame ähm ich kann nicht markieren drauf ja unerbittlichere 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 ausdrucken du kannst ja fast nicht lesen voll schlecht gemacht aber ist nur in der deutschen Version glaube ich heilt sie alle wie der Schaden einfach nur von den Minions kommt mit diesem scheiss Zahnstocher gar nichts Ja, gar keinen Schaden machen. Wie? Aber ja, nicht sterben, gell? So, ich eroberte. Kommen noch die Bränden aus dem anderen Mobil. Irgendwo außerhalb von diesem kleinen Kreis. Doch bessere Schreine wie du. Egal. So, Satz hier rüber. Nachkampfschaden, okay. Nochmal einen. Aufladen. Hast. Schon wieder Hast. Müssen wir das gehen? Okay, einen Punkt hier, zwei Punkte hier. Und fünf Punkte hier, dann haben wir alles. Ja, dann haben wir alles. Geil. Dann ist es schon ausgeskippt. Ja, ich freue mich auch immer wieder. Hier ist sieben. Jetzt, aber das kann ich zehn von zehn. Boah, ich sehe das nie so richtig. Ah, es ist nur fünf? Zehn von zehn? Hey, wo kommen dann die Punkte rein? Hier! Okay, dann habe ich ein zu viel geskillt. Mal gehen wir kurz noch raus. Okay. Ich will das jetzt wegskinnen, sonst vergesse ich es dann wieder. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen länger. Aber, ja. Okay, machen wir das Key noch kurz. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auch eben, wenn es mir nicht so gut geht. Wenn halt die Qualität euch auch nicht ganz so stimmt. Aber, recht toll, was ihr mir helft und so weiter. Ähm, ist ja auch nötig, oder da die Clickbaiter und alles mögliche. Wir haben heute Erfolg damit. Und Leute, die das nicht machen, haben überhaupt keinen Erfolg. Es hat wirklich schon extrem schlimm geworden. Aber, nun gut. Ich mache es gerne für euch. Ich muss ja nicht Erfolg haben. Ja. Also, wenn ihr mir mithelfen wollt, dürft ihr gerne natürlich mir helfen. Und sobald ich wieder Sport machen kann, geht es mir dann auch wieder besser mit dem Let's Play und Livestream. Ja, freut euch darauf. Okay. Ja, ich gehe kurz raus aus dem Game und gehe wieder rein. Tschüss zusammen.